Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es über Leute mit Beinnerungen. Manche sitzen in der Volksschule, manche haben Sprachfehler und manche machen sich darüber lustig, Leute mit Beinnerungen. Warum denn? Manchmal kommt es auch vor, wenn einer mit Freustuhl durch die Stadt fährt. Das ist einer mit Freustuhl. Ich finde, das ist ganz normal wie andere Leute auch. Manchmal kommt es auch bei mir vor, dass Leute auch sagen, ich spreche ein bisschen komisch oder lustig. Ich kann es nicht dafür. Ich habe die Sprachbilderung. Manche Leute mit Handicap werden auch ausgeschlossen, weil sie behindert sind. Ich finde, jeder ist so, wofür er ist. Und die Leute im Freustuhl, die können sich auch nicht dafür, dass sie im Freustuhl sitzen. Und die Leute, die sich darüber lustig machen, die können auch im Freustuhl landen durch Autounfall oder durch eine Krankheit. Ja, ich finde es echt blöd, dass manche darüber sich lustig machen. Und habt ihr auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass Leute über euch lustig machen? Oder die Leute, die in eine Sonderschule gehen? Und wenn manche das merken, der geht in eine Sonderschule. Haha, der geht in eine Sonderschule. Hehehehe. Das finde ich gar nicht gut. Und denkt mal darüber nach. Und ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr hier gemacht habt. Und ich finde es echt blöd. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach ein Abo da und ein Like. Und ich melde mich dann wieder bei dem nächsten Video. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.